Monika Herrmann, Bürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, bekam Kritik aus der CDU für ihre Antisexismus-Postkarte. Sie hält die Aktion weiter für richtig. Die Berliner Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann, Grüne, hat eine amtliche Postkartenaktion gegen sexistische Werbung verteidigt. Das ist keine Denunziation. Werbung, das sind öffentliche Plakate und Anzeigen. Menschen, die sich davon diskriminiert fühlen, können mit den Postkarten ihren Protest ausdrücken, sagte die Bürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg in einem Interview mit Spiegel Online am Freitag. Ein Beispiel für Sexismus sei für sie, wenn eine Frau in einer Autowerbung sich auf der Motorhau beregte. Mit den vom Bezirk bezahlten Postkarten sollten Werbeagenturen vom Verbraucher eine Rückmeldung bekommen, sagte Herrmann. Schließlich machen sie Werbung, damit die Leute ein Produkt kaufen. Wenn jemand deswegen bestimmte Anzeigen nicht mehr tut, dann gehört es in einem demokratischen System dazu, dass man sich darüber austauscht. Punkt auf der Postkarte, die der Bezirk im Umlauf gebracht hat, steht, herzlichen Glückwunsch. Sie haben gerade mit ihrer sexistischen, diskriminierenden und frauenfeindlichen Werbung eine Kundin verloren. Bürger sollten die Karte an Unternehmen schicken. Die Menschen in ihren Anzeigen oder Spots herabwürdigten Punkt noch mehr News aus Berlin.